Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Unsere Long läuft weiterhin, wurde fast ausgestoppt, also wir hatten richtig, richtig Schwein, dass diese nicht ausgestoppt wurde. Mittlerweile aber auch den zweiten Take Profit hier abgeholt. Wir schauen uns auf jeden Fall heute an, wo die Reise möglicherweise noch hingehen könnte. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin etwas enttäuscht, so ein bisschen von dem Kursverlauf. Wir haben ein Bitcoin bei 43.500 US-Dollar, wir haben ein Ethereum bei 2.300 oder knapp 2.400 US-Dollar und ein XRP immer noch mit sehr, sehr wenig Bewegung. Wird sich das ändern? Schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video genauer an. Bevor wir hier starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, macht es wie dieser Typ und kommt da auf jeden Fall rein. Und wenn ihr auch XRP traden wollt, wisst ihr ja Bescheid, Partnerbörse BingX, dort kriegt ihr auch noch 10% Rabatt auf eure Gebühren lebenslang. So, jetzt aber rein in die Analyse. Momentan traden wir bei knapp 0,64 US-Dollar-Cent. Wir sehen, wir hatten hier nochmal diesen schnellen Instant-Dump, der nochmal in das Golden Pocket geführt hatte, nachdem wir hier aber mehrere Positionen hatten oder genau auf dieser Linie wurden wir nicht ausgeschaut. Also wir hatten hier extremes Glück gehabt, beziehungsweise hoffe ich nicht, dass auf anderen Börsen die Wicks ein bisschen tiefer waren, dass ihr draußen seid, ansonsten Position läuft noch und daraufhin wurde auch der zweite Take-Profit erst einmal erreicht. Also zwei Take-Profits hier mittlerweile, schön und gut. Der dritte, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ist hier oben im Golden Pocket. Und ich glaube auch diesen Preisbereich könnten wir jetzt noch sehen, solange sich Bitcoin einfach noch an dieser Stelle stabilisiert. Was mir trotzdem, und deswegen bin ich einfach so ein bisschen enttäuscht, so die letzten Tage ist so ein bisschen, ja das Volumen rausgegangen bei XRP. Also wir sehen hier klar konstant immer so gleichbleibendes Volumen, aber so ein richtiger Impuls mal nach oben, der fehlt hier einfach komplett. Auch die zwei Berührungspunkte hier auf Daily-Sicht in eben unserer Zone, die haben wir bewusst hier oben gewählt, weil wir hier einfach eine Supply-Zone haben, deswegen hier auch der zweite Take-Profit rein. Aber auch hier so richtiger Kaufdruck oder Abverkaufsdruck kam hier von beiden Seiten nicht. Also das heißt, der Markt ist momentan ziemlich stimmig hier und möchte hier noch etwas konsolidieren. Jetzt kommen wir natürlich, wir machen mal hier den ersten Take-Profit, den ziehen wir mal ein bisschen rüber, so an diese Stelle, damit es hier nicht verwirrt. Jetzt kommen wir natürlich in den nächsten Widerstandsbereichen, das ist eben hier oben unser Golden Pocket. Von unserer Abwärtsbewegung von 75 US-Dollar-Cent bis hier runter, bis auf die 57 US-Dollar-Cent. Dort sollte sich der Kurs jetzt erst einmal noch maximal hinbewegen. Ihr seht hier drüben noch, das ist das alte, das behalten wir mal noch ein bisschen im Hinterkopf. Das wäre jetzt auch unser nächstes, wie gesagt, drittes Preissziel und auch weiterhin die nächste Aufwärtsbewegung. Wir schauen mal hier mit dem Traders-Reality-Indikator so auf einen 1-Stunden-Time-Frame, was uns hier oben noch so ein bisschen erwarten könnte. Natürlich, wir haben den M5 hier, wir haben vom Daily Open jetzt heute, kurzfristig kämpfen wir da gerade so ein bisschen rum. Die Psy-Range befindet sich hier unten bei 62. Also ihr seht, so richtiger Pump- oder Pump-Druck gibt es hier momentan nicht. Das heißt, es macht es extrem, extrem schwer, hier möglicherweise noch eine Short-Position aufzubauen. Und ich sehe hier auch derzeit zumindest im 1-Stunden-Time-Frame nichts. Und im 4-Stunden-Time-Frame können wir jetzt auch noch nicht so richtig von einer Trendwende reden. Das heißt, der Aufwärtstrend grundsätzlich kommt hier zwar langsam, ich sehe das auch in dieser lila Box. Das ist so ein bisschen die Trendrichtung für alle, die den Indikator nicht kennen. Das sehen wir auch, okay, wir testen diesen zwar, aber so dieser Impuls nach oben mit sehr, sehr viel Volumen, der fehlt momentan. Das heißt, bei XRP ist derzeit ein bisschen die Luft raus. Deswegen bleiben wir dabei, Stop-Loss-Entry, die Profite nehmen. Und den dritten dann hier oben, wie gesagt, bei knapp 68 US-Dollar. Also kurz vor eben diesem Golden Pocket werden wir den nächsten, ja, dann nächsten Take-Profit in Angriff nehmen auf jeden Fall. Ansonsten tut sich hier, wie gesagt, sehr, sehr wenig. Auch auf Daily-Sicht haben wir jetzt derzeit kein neues hochgebildet. Ihr seht hier diese Widerstandszone, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Diese Daily-Supply-Zone, die wurde angetestet, auch übertroffen nochmal minimal, aber wir wurden sofort wieder abverkauft. Und wir bräuchten jetzt mal mindestens hier ein Close über die 64,80, also 0,64,80, um zumindest mal hier etwas bullischer zu sein. Weil klar, wir können die Zone natürlich durchbrechen. Gebrochen ist sie aber technisch erst, wenn wir auch wirklich mal einen Daily-Close da drüber haben. Ansonsten alles Fake-Out, Liquidität abgegrast über diesen Shorts hier oben und dann geht die Reise nach unten hin weiter. Also wir kommen jetzt hier in wichtige Zonen. Das ist jetzt einerseits hier die 64,80, die auf Daily-Sicht wichtig ist. Die nächste Zone liegt dann hier oben bei 67 US-Dollar Cent und dann kommt das Golden Pocket bei 68 US-Dollar Cent. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen für alle XRP-Anhänger hier. Und zwar Präsidentsfälle stärken, Ripples-Positionen ermöglichen, Strafmacht. Grundsätzlich bullisch, aber, und jetzt kommt das Nächste, Die Wahrscheinlichkeit der Berufung durch die SEC ist indes trotzdem hoch, was dem gesamten Fall bis ins Jahr 2025 ziehen könnte. Also nix mit 2024, der ganze Mist bei XRP und SEC könnte sich bis 2025 ziehen. Und ich halte es gar nicht mal so für unwahrscheinlich. Jetzt nicht unbedingt als bearish gesehen, sondern, Ihr wisst, ich rechne generell so 2025, 2027 sind so die Jahre, wo ich damit rechne. CBDCs werden kommen, uns wird ein Problem bekannt gemacht, was vielleicht gar kein Problem ist. CBDCs kommen, Ripple macht den ganzen Scheiß dann mit. Und vielleicht wisst Ihr so ein bisschen, was ich verstehe. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Aber für mich sind so die Jahre 2025 bis 2027 einfach entscheidende Jahre im Cryptospace. Heißt natürlich, Ripple könnte davon profitieren, wenn die ganzen CBDCs kommen. Ob das für den gesamten Kryptomarkt dann wiederum bullisch ist, das sei mal dahingestellt. Aber mehr dazu werde ich wahrscheinlich dann nächste Woche nochmal ein extra Video machen, wieso auch mein Tipp so für 2024 ist. Aber ist schon interessant, dass immer wieder diese Zahlen einfach auftauchen mit 2025, 2026 und sowas. Denkt mal ein bisschen drüber nach. Und damit verabschiede ich euch jetzt ins Wochenende. Long läuft, nächster Take Profit hier oben. Da oben können wir dann über einen Short nachdenken, eben wegen diesem Golden Pocket und einer weiteren Daily Supply Zone und sehr, sehr viel Volumen. Und ansonsten tut sich hier relativ wenig. Und somit, schönes Wochenende, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram Grube joinen und wir hören uns nächste Woche zu einem XRP Video wieder und morgen zum Marktausblick. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.